na dann warum zum teufel ist die inquisition hinter euch her was ist so besonders an dem kleinen kerl das ist kompliziert was ist mit einem besonderheit ganz recht er wird bald zu uns aufschließen er hat uns das leben der ganz besonders unglaublich hey verliebt dich bloß nicht in ihn er bricht dir sonst ein kleines herz was nein ja wir nutzen sie zur überqueren und warum nicht schlecht überquere den fluss das kriegen wir doch hin ich mache das trefft weg gar nicht auf schade das ist ja riesig damit malt man den weizen Ich bin übel. Die Strömung ist zu stark. Wie kommen wir auf die andere Seite? Indem wir es anhalten. Und wie sollen wir es anhalten? Amicia, wie finden wir die Lösung? Das Tor. Die Strömung wird schwächer, aber es reicht noch nicht. Da muss noch etwas anderes sein. Über das Rad und dann rüber. Was läuft jetzt da hinten? Ah, okay. Jetzt müssen wir nur noch rüber. Kriegst du das hin, Melli? Jetzt werden wir herausfinden, ob es hält. Tja, sieht nicht so aus, als würde ich heute baden gehen. Jetzt muss ich noch rüber. Äh, nee. Dann komme ich jetzt hier rüber. Nein, halt. Verstanden. Führt euch nicht vom Fleck. Ich bin gleich zurück. Melli, ich brauche deine Hilfe. Gut, mach schnell. Aber wenn alle drei beschäftigt sind, wie soll man dann... Äh... Ugo, ich brauche deine Hilfe. Na gut. Was genau tut er. Was genau tut er. Ja, lass dir Zeit. Ja, bitte. Siehst du ein Kinderspiel? Wir haben die Mühle besiegt. Wenn es die Inquisition bis hierher schafft, müssen sie hier erstmal vorbei. Das stimmt dann wohl. Oh, die können wir durch was verbessern. Oder auch nicht. Da fehlt uns noch Stoff. Das Ackerdukt. Stellt keine Unerwartungen an euer Chateau. Warum? Hier gab es mal ein Dorf. Aber es wurde vor langer Zeit in nur einer Nacht den Erdboden gleich gemacht. Die Gegend hier soll verflucht sein. Amicia? Sie macht nur Spaß, Ugo. Ja, natürlich. Seit wann hört man von mir die Wahrheit, hä? Nicht. Ja, doch. Ein bisschen länger mit Alkugel. Oh nein. Was ist denn? Komm her. Oh. Ugo? Ugo, sieh mich an. Geht es wieder los? Dein Kopf? Es ist, als ob etwas in mir wächst. Meine Beine. Sie zittern so. Sag nicht, dass er gebissen wurde. Das hat nichts mit dem Biss zu tun. Etwas ist in seinem Blut, schon seit Jahren. Es ist ein Tumor. Ich muss ihn tragen. Kletter auf meinen Rücken, wenn du kannst. Los, hopp. Tut mir leid. Keine Sorge. Wenn es in seinem Blut ist, was ist dann mit dir? Mir geht's gut. Das mag ein Tumor aus. Du hast verduft, die Entwicklung zu bremsen. Auch deshalb wollen wir zum Chateau. Amicia. Ich habe solche Angst. Wovor denn, Ugo? Du hast in dem Kopf isst. Keine Sorge. Das geht auch Erwachsenen so. Wir sind da. Jetzt kannst du dich ausruhen. Ach, endlich. Der erste Krebspatient oder was? Hilf mir mal, das hochzuheben. Ich komme. Ugo, bitte geh wieder runter. Da sind wir im Labor oder was? Ist das dein Haus? Das ist ein Versteck, Kleiner. Zum Verstecken, nicht für die Bankette des Adels. Fass das nicht an. Das ist der Dietrich meines Bruders. Ist eine Menge wert. Wie lange lebt ihr denn schon so? Du meinst wie Vagabunden und Bettler? Familientradition. Unser Vater war ein Mistkerl. Wollte uns einmal zu oft verprügeln. Also sind wir abgehauen. Aber ihr seid ja adelig. Adelig? Amicia. Was soll das heißen? Mir ist kalt. Sieh doch. Sieh uns an. Wir haben alles verloren. Was meinst du? Wer bezahlt uns dann? Was redest du denn da? Euer Freund Lukas hat gesagt, ihr werdet reich. Ich. Legt euch auf Arthurs Strohmatte. Und wenn er wiederkommt, beschreiben wir das Ganze. Nix haben wir mehr. Mutter, Vater, Tod. Nur das, was wir im Leben haben. So, siehst du was? Nein, nichts. Hey, Jungs. Hier rüber. Ich brauche Hilfe. Aufbruch bei Nacht. Wo kommt man da hin? Nach draußen. Ja, aber wohin genau? Vertrau mir einfach. Wohin genau? Er hätte längst hier sein müssen. Ich wusste gar nicht, dass man die Puck- und dass man damals schon Pokémon kannte. Gott, Mist. Runter. Er trägt einen Helm. Ah, Devorantis. Was? Devorantis. Salpeter und Alkohol. Das verbrennt das Gesicht und frisst sich durch Stahl. Das haut jedem den Helm vom Kopf. Machen wir mal was davon fertig. Gut. Ah, ja. Los, ziel auf den Helm. Auf den Helm. Sehr schön. Sehr schön. Hm, das geschieht ihm recht. Das ist laut. Wie wär's mit ein bisschen mehr Begeisterung? Scheiße, der Typ, da ist einer mit Helm. Du weißt, was zu tun hast. Ja. Ja. Okay. Nein. So wird das nix. Das ist zu weit weg. Und Stein. Und ist dich. Ziel muss man können. Wir müssen hier nochmal eine Lehrstunde mit Zielübungen machen. Scheiße, da drüben. Da ist einer mit Helm. Du weißt, was zu tun hast. Ja. Genau, wir treffen. Ja, komm. Wir drüben. Ich bin der drüben. Ich bin der drüben. Da, sagst wir uns. Ich bin der drüben. Du verdammte Scheiße. Der Ding getroffen habe. Ich war tot. Zielübungen. Ich sag das doch. Zielübungen. Wir müssen Zielen üben. Und dann zwei auf einmal. Können vielleicht ihn als erstes ausschalten. Da drüben. Da ist einer mit Helm. Du weißt, was zu tun ist. Ja. 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 Okay, sehr gut. Sehr schön. Das gefällt mir. Wenn zwei von denen unterwegs sind, sind hier sicher noch mehr. Wir müssen hier verschwinden. Wir müssen zurück zum Ackerduck. Ich weiß. Wo ist das Chateau d'Ombrache? Hier und lang. Fällt mir. Oh nein, ich wusste es. Nur die Ruhe. Sieht ihr das beleuchtete Fallgitter da drüben? Das ist unser Ausgang. Hört zu. Amicia. Du bist nicht schön. Du gehst zuerst. Na danke. Halt die Augen offen. Und sei leise. Ist gut. Verstanden. Sie sind einfach im Lager von Plantationet. Durchkämmt das Gebiet. Findet Ugo de Rune und töntet die anderen. Sofort. Sie suchen immer noch nach mir. Und Steine. Verdammt. Die anderen haben uns entdeckt. Das kann doch nichts werden. Okay. Bessere Taktik. Bessere Taktik. Wenn ich einen ausschalte. Dann werden alle anderen auf mich aufmerksam. Soll ich wieder den jeweiligen Jenkins machen? Okay. Mitten durch. Leeroy Jenkins. Ja gut. Dem Wurf später. Alle automatisch auf mich aufmerksam. Steht ja nicht auf. Einzel nacheinander. Nicht an den Arm schlagen. Sehr schön. Neues machen. Neues machen. Neues machen. Neues machen. Neues machen. Na komm. Scheiße. Warum stirbt ihr nicht daran? Neues machen. Da ist noch einer, da ist noch einer, ihn als erstes, es muss treffen. Nein, 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 nicht jetzt, fangt, ich war schon soweit, ich war schon soweit, meine Hand, ich muss mir irgendwann, ich bin ja kein Fan von Schönheitsoperationen, aber ich lasse mir irgendwann mal, in die rechte Hand lasse ich mir mal Metall implantieren. Da kann ich mir die Finger nicht mehr brechen. Okay, das wird nichts, 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 wir sind aufgeflogen, ja und jetzt sammle ich die Dreck. Wir haben für die Finger einen Knochen aus dem Metall, das ist einfach... Kann man sich nicht mehr brechen. Warte bis er hier ist, warte bis er hier ist, bis die anderen abgelenkt sind. Scheiße, 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 Scheiße. Okay, wir sind am Arsch. Am Arsch. Wir müssen noch ein bisschen abwarten. Abwarten und Kaffee trinken. Guck mal, die Inquisition. Gut gesagt. Okay, lasst ihn sich erst mal positionieren. Und entdeckt er uns dann. Er entdeckt uns dann. Wir dürfen nicht die anderen bauen. Okay. Okay. Das ist einer ohne Schutz. Steh auf. Steht ja nicht auf. Bleibt liegen. Ist das eine Mission? Was möchte sowas hier? Ich hoffe, er hat nicht die anderen animiert. Steh auf. Steh auf. Okay. Jetzt ist der Mardus. Ihn hier. es wird sie langsam dunkel das mussten hier und wobei wir irgendwann bemerken drüben ist einer es war ja auf einmal das ist gefährlich scharf schützen sehr schön dann sehe ich hier noch einen jetzt kommen wir zu dem rüber jetzt vom letzten nicht mehr erwischt werden da sind noch welche da drüben ist noch einer kann uns egal sein hier zum tor und dann müssen wir ihn auch rausschalten das geht da ist unten es gibt immer einen nebeneingang der soll seinen freunden berichten was sie erlebt hat das ist immer ein bericht der die geschichte erzählen kann los sehr freundlich von euch eure hoheit ja los weiter was habt ihr mit mir vor check the points vorsichtig da ist lucas ich war das ich bin so froh euch wieder zu sehen du siehst nicht übel aus ja ich war in einem käfig aber er sieht übel aus dann sind wir zu melis haus und sie hat hier geflogen geschafft das habe ich gehört was ist mit dir lucas alles gut ähm könnten wir das unterwegs besprechen oder sollen wir wein und braten rausholen und darauf warten dass sie uns abschlachten was meint ihr du hast recht gehen wir das chateau sollte nicht mehr weit sein na dann los hurra es ist nicht mehr weit bis zum aquädukt wie es aussieht habt ihr einigen ärger gehabt sag bloß du hast ganz vergessen uns von der inquisition zu erzählen dann hättet ihr meinen vorschlag nicht akzeptiert den mit deinen angeblich reichen freunden wir finden schon eine lösung erzähl das meinem bruder was ist hier passiert etwa einen unfall Inquisition ist passiert oh nein da drin ist sicher etwas das wir gebrauchen können wie sollen wir da nur vorbeikommen oh Amicia ich habe etwas für dich ich habe igne verweiter entwickelt aha du wirfst es mitten in die ratten und na du wirst du sie hier nimm salpeter alfenhol und leder alles gut vermischen gerne doch hier unten wirf es auf die ratten sehr schön 3 fehlen uns noch 3 Rezepte Nichts lange Feuer stehen. Sie hätten nicht von der Makula gewusst, wenn sie keine alchemistischen Texte gelesen hätten. Ich weiß zwar nicht, was sie vorhaben, aber diese Karren werden uns noch nützlich sein. Hm. Wir brauchen noch Stoff. Ja, so viel mit Zutaten ist ja jetzt auch wieder nicht, dass wir uns was vergessen könnten. Ja, so viel mit Zutaten ist ja jetzt auch wieder nicht.